Sie sind faszinierend und schön. Ihre Artenvielfalt ist beeindruckend. Sie leben in Böden und auf Pflanzen. Viele können fliegen, aber manchmal nerven sie einfach nur. Insekten. Dabei sind sie unentbehrlich für unsere Ernährung und unsere Landwirtschaft. Sie bestäuben mehr als 85 Prozent aller Pflanzenarten weltweit. Sie lockern unsere Wöden auf und verarbeiten Dung zu fruchtbarer Erde. Insekten helfen den Landwirten, Schädlinge zu bekämpfen. Das ist gut für die Umwelt und kostet wenig. Doch Insekten sind akut gefährdet. Sie werden immer weniger. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern überall auf der Welt. Durch unsere intensive Landwirtschaft gibt es immer weniger Lebensräume für Insekten. Es fehlen Hecken, blühende Kräuter und Feuchtgebiete. Auch dass immer mehr Wald für neue Ackerflächen gerodet wird, zerstört ihren Lebensraum. Darüber hinaus bedroht der Einsatz von Pestiziden Insekten massiv. Die Mittel bekämpfen nicht nur Schädlinge, sondern können auch dazu führen, dass Bienen ihren Orientierungssinn verlieren. Das Insektensterben bleibt nicht ohne Folgen. Jedes Kind weiß, ohne Bestäubung gibt es weniger Ernte. Vor allem bei Obst und Gemüse sinkt der Ertrag. Auch Böden sind ohne Insekten weniger fruchtbar. Und wenn Nützlinge fehlen, dann können sich Schädlinge ausbreiten. Zum Beispiel können Marienkäfer den Lausbefall verhindern. Sie verzehren bis zu 50 Blattläuse pro Tag. Landwirtschaft und Insekten gehören untrennbar zusammen. Damit das so bleibt, muss die Politik handeln. Wenn Hecken, Blühstreifen und Feuchtgebiete für die Insekten angelegt werden, kostet das die Landwirtschaft Geld. Dafür brauchen Bäuerinnen und Bauern finanzielle Unterstützung für eine Insekten- und klimafreundliche Landwirtschaft. Dabei sollten wir sie mit Steuermitteln unterstützen. Außerdem muss es neue Gesetze und strengere Regeln geben, welche Pestizide wie oft und wo eingesetzt werden dürfen. Das ist nun die Aufgabe der Politik. Wir brauchen Insekten. Als Grundlage für ein funktionierendes und ausgeglichenes Ökosystem. Doch auch wir können mithelfen, indem wir Produkte kaufen, die aus ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft stammen. Informiere dich jetzt im Insektenatlas. Sie sind faszinierend und schön. Ihre Artenvielfalt ist beeindruckend. Sie leben in Böden und auf Pflanzen. Viele können fliegen, aber manchmal nerven sie einfach nur. Insekten. Dabei sind sie unentbehrlich für unsere Ernährung und unsere Landwirtschaft. Sie bestäuben mehr als 85 Prozent aller Pflanzenarten weltweit. Sie lockern unsere Böden auf und verarbeiten Dung zu fruchtbarer Erde. Insekten helfen den Landwirten, Schädlinge zu bekämpfen. Das ist gut für die Umwelt und kostet wenig. Doch Insekten sind akut gefährdet. Sie werden immer weniger. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern überall auf der Welt. Durch unsere intensive Landwirtschaft gibt es immer weniger Lebensräume für Insekten. Es fehlen Hecken, blühende Kräuter und Feuchtgebiete. Auch dass immer mehr Wald für neue Ackerflächen gerodet wird, zerstört ihren Lebensraum. Darüber hinaus bedroht der Einsatz von Pestiziden Insekten massiv. Die Mittel bekämpfen nicht nur Schädlinge, sondern können auch dazu führen, dass Bienen ihren Orientierungssinn verlieren. Das Insektensterben bleibt nicht ohne Folgen. Jedes Kind weiß, ohne Bestäubung gibt es weniger Ernte. Vor allem bei Obst und Gemüse sinkt der Ertrag. Auch Böden sind ohne Insekten weniger fruchtbar. Und wenn Nützlinge fehlen, dann können sich Schädlinge ausbreiten. Zum Beispiel können Marienkäfer den Lausbefall verhindern. Sie verzehren bis zu 50 Blattläuse pro Tag. Landwirtschaft und Insekten gehören untrennbar zusammen. Damit das so bleibt, muss die Politik handeln. Wenn Hecken, Blühstreifen und Feuchtgebiete für die Insekten angelegt werden, kostet das die Landwirtschaft Geld. Dafür brauchen Bäuerinnen und Bauern finanzielle Unterstützung für eine Insekten- und klimafreundliche Landwirtschaft. Dabei sollten wir sie mit Steuermitteln unterstützen. Außerdem muss es neue Gesetze und strengere Regeln geben, welche Pestizide wie oft und wo eingesetzt werden dürfen. Das ist nun die Aufgabe der Politik. Wir brauchen Insekten. Als Grundlage für ein funktionierendes und ausgeglichenes Ökosystem. Doch auch wir können mithelfen. Indem wir Produkte kaufen, die aus ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft stammen. Sie sind faszinierend und schön. Ihre Artenvielfalt ist beeindruckend. Sie leben in Böden und auf Pflanzen. Viele können fliegen. Aber manchmal nerven sie einfach nur. Insekten. Dabei sind sie unentbehrlich für unsere Ernährung und unsere Landwirtschaft. Sie bestäuben mehr als 85 Prozent aller Pflanzenarten weltweit. Sie lockern unsere Böden auf und verarbeiten Dung zu fruchtbarer Erde. Insekten helfen den Landwirten, Schädlinge zu bekämpfen. Das ist gut für die Umwelt und kostet wenig. Doch Insekten sind akut gefährdet. Sie werden immer weniger. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern überall auf der Welt. Durch unsere intensive Landwirtschaft gibt es immer weniger Lebensräume für Insekten. Es fehlen Hecken, blühende Kräuter und Feuchtgebiete. Auch dass immer mehr Wald für neue Ackerflächen gerodet wird, zerstört ihren Lebensraum. Darüber hinaus bedroht der Einsatz von Pestiziden Insekten massiv. Die Mittel bekämpfen nicht nur Schädlinge, sondern können auch dazu führen, dass Bienen ihren Orientierungssinn verlieren. Das Insektensterben bleibt nicht ohne Folgen. Jedes Kind weiß, ohne Bestäubung gibt es weniger Ernte. Vor allem bei Obst und Gemüse sinkt der Ertrag. Auch Böden sind ohne Insekten weniger fruchtbar. Und wenn Nützlinge fehlen, dann können sich Schädlinge ausbreiten. Zum Beispiel können Marienkäfer den Lausbefall verhindern. Sie verzehren bis zu 50 Blattläuse pro Tag. Landwirtschaft und Insekten gehören untrennbar zusammen. Damit das so bleibt, muss die Politik handeln. Wenn Hecken, Blühstreifen und Feuchtgebiete für die Insekten angelegt werden, kostet das die Landwirtschaft Geld. Dafür brauchen Bäuerinnen und Bauern finanzielle Unterstützung für eine Insekten- und klimafreundliche Landwirtschaft. Dabei sollten wir sie mit Steuermitteln unterstützen. Außerdem muss es neue Gesetze und strengere Regeln geben, welche Pestizide wie oft und wo eingesetzt werden dürfen. Das ist nun die Aufgabe der Politik. Wir brauchen Insekten. Als Grundlage für ein funktionierendes und ausgeglichenes Ökosystem. Doch auch wir können mithelfen, indem wir Produkte kaufen, die aus ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft stammen.